Hallo Heckingfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Subway Set und heute gibt es ein Let's Hack mit Oxygen auf Hypixel für euch. Und ja, Oxygen habe ich schon mal vorgestellt, das ist ein guter Nojit Plus Client, der nur 10 Euro kostet. Und ich habe Hypixel halt ausgewählt, weil ich mal eine Abwechslung haben wollte, also nicht nur immer Gomme-Let's Hacks bringen. Und die Sache ist jetzt halt die, auf Hypixel sind die guten alten Fly-Zeiten vorbei, also man kann jetzt nicht mehr einfach so mit jedem Client easy rumfliegen. Ich konnte nicht mal mit Alpha Centauri rumfliegen, aber irgendwie hat Oxygen so ein spezielles Glide, das auf Hypixel einfach funktioniert. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal damit auf. Übrigens, das ist mein Texture Pack, das ihr da seht. Ähm, das Subway Set Pack. Ähm, ich werde es mal releasen, ich weiß noch nicht wann. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Oder was ich halt dran verbessern soll. Also, mir gefällt es schon sehr, die Schwerter sind auch ziemlich nice. Ähm, und alles. Ähm, das sind nicht meine eigenen Schwerter, die sind vom Future Pack. Damit habe ich in meinen letzten Videos aufgenommen. Und, ja, mir gefällt es halt schon, äh, ziemlich. Auf jeden Fall, äh, wollte ich euch auch noch informieren, dass, äh, die Gomme als jetzt ein bisschen mehr kosten. Äh, weil ich gerade nicht so easy an die als komme. Also, die kosten jetzt halt, äh, 30 Cent statt 20 Cent. 10 Cent mehr. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ist trotzdem noch viel günstiger als bei einigen anderen Leuten. Und ich verkaufe jetzt auch übrigens Non-Gomme als, also, halt, Accounts, die, äh, nicht auf Gomme gehen, aber eigentlich sonst auf fast allen Servern. Auf Hypixel gehen sie eigentlich schon immer so, äh, in 90% der Fällen. Also, ähm, ja, wenn ihr auf Hypixel hacken wollt, kauft euch bei mir als 10 Cent pro Non-Gomme-Alt. Ist ein ganz guter Preis, finde ich. Kann man schon machen. Ähm. Ähm, ich werde es vielleicht irgendwann mal noch günstiger machen für 5 Cent pro Alt. Ähm, wenn ich das, äh, gut hinbekomme, dass ich viele zusammenkriege. Aber, ja, ich habe gerade jetzt nicht, äh, allgemein so super viele Alts auf Lager. Also, ja, muss man sich ein bisschen gedulden. Ähm, was wollte ich noch ansprechen? Ja, genau, ähm, mein, mein Top 5 Minecraft Server zum, äh, Hacken-Video ist eigentlich ganz gut bei euch angekommen. Es hat auch einige Aufrufe und viele Likes bekommen. Naja, jetzt kommen so langsam die Leggits an und kommentieren unter dem Video, ey, was hackst du? Ja, wisst ihr, äh, die typischen Leggits halt, ne, die sich aufregen, dass man hackt. Und jetzt habe ich auch schon 50 Dislikes auf den Videos, nur wegen, äh, auf dem Video. Äh, nur wegen den Kack Leggits. Ja, das ist ziemlich belastend, aber... Ich mach mir nix draus, äh, ja, sind eh alles Kiddies, die hässlich rumhaten. Was will man da groß tun, ne? Ist, äh, schon ziemlich traurig, dass man irgendwie auf Hacking-Videos klickt und dann dort rumhatet. Und, ja, was weiß ich, was macht. Naja, das war's auch schon mit dem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.